Es ist ein herrlicher Frühlingstag im März in Kiel. Die einen gehen an der Förde spazieren. Eki und ich beschließen, auf der Förde zu spazieren. Im Hafen ist das Wasser noch ruhig, aber draußen warten herrliche Wellen auf uns. Niemand stört uns. In den Häfen liegen noch keine Schiffe, sie sind verlassen und es macht Spaß, zwischen den noch leeren Liegeplätzen spazieren zu fahren. Ach so, aber ist ja festgeknotet. Wir machen in einem der Häfen Rast. Und dann geht es richtig los. Heute wird es eine kleine Bergwanderung über Wellentäler und Wellenberge. Ich bitte um Verzeihung, dass die Kamera manchmal noch nass ist. Jedes Anhalten zum Kameraputzen wirft mich weit zurück und ich brauche meine Bauchmuskeln für die Balance und zum Vorwärtskommen und für Sprints, um wieder auf Eki anzuschließen. Ach so. Untertitelung des ZDF, 2020 Super, nimmt auf! Alles bestens, nimmt auf, wir können fahren! Wir können fahren, wo willst du hin? Ja, denn ich bin bei dir. Wir können fahren! Ja, wohin denn? Ja, ich bin hinter dir, weil ich dich dann mit aufnehme. Sollst du ja auch nicht, ich bleib ja jetzt bei hier und vorne, ich hab dir nur erläutert, dass ich mir was mal gedacht habe. Ja, dann verstehst du es eben nicht. Ja, ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir, ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Die Kursabsprachen zwischendrin sind schwierig. Der Wind reißt die Sätze vom Mund. Der Wind reißt die Sätze vom Mund. Und ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja! 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 Es ist so schön. We'll be right back. Okay. 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 Ich kann ja immer nur flach paddeln, sonst ist dauernd das Paddel im Bild. Willkommen da DC. Blob nochppy. Museum erf%. Once on das kle utmost bist du. Craft Last jewel. Am hat nichts mehr Hammer. sind wir dabeibaruten? Wenn jemand mit der Heinung geliert ist.